hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren display von halo ich gehe gleich mal wieder an den start in die kampagne wir waren bei einer absturzstelle und ja hier sind wir sehr gut so ja muss ich nicht hin ich habe mehrere anfliegende landungsschiffe der allianz geordnet wir sollten uns in diese hügel dort zurückziehen wir glück haben glauben die dass wir alle beim aufprall gestorben ist der bildschirm falsch eingestellt ist oder ist er richtig ich weiß gerade nicht fuck ist der eingestellt ist richtig eingestellt mal kurz was schauen das kann man ja gar nicht machen doch da geht es richtig ja das passt eigentlich alles ich hab's nicht mehr gespielt ich weiß mehr wie es aussieht ich glaubt ja so ist richtig okay allianz schiffe das ganze kranz grund landungsschiffe allianz nähert sich sicher nach überleben denn ich schlage sofortiges absetzen vor ja ich gehe mal dahinter in den hügel vor stecken ich bin mal ein bisschen verstecke ein bisschen da lassen benji ach wie drückt man sich nochmal ja genau nein verdammt nach welcher seiner perlangenen leider kann man nicht klauen dass wir super das geht einfach nicht blödes fiech so amort ist die und davon mal gucken da kommt er wieder alter alter ich mach dich fertig komm her muckst du die schuldner außen zwei jetzt hab ich angst ja ja da hinten bad 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 ich will immer granaten ich will immer auf der anderen seite auf dem ding zielender auf der rechten maustaste funktioniert aber nicht endlich so mann du auch stirb stehe hallo töte dich selber ja das verzieht immer so jetzt so dem muss ich mal anders töten ja wie geht es um e gedrückt funktioniert alles super der wird noch gedrückt niemand bleibt zurück doch eigentlich schon warum ist es nicht immer so klein gewesen ach auch egal dass ich jetzt ein treffel ist das nervt einen jetzt kommt schon ach man jetzt alter binke flammen wunderschön weiter jetzt noch ich muss dahinter die szenerie mal kurz genießen wunderschön und ich finde es so geil gemacht hier man schaut nach oben und sieht einfach nur den ring hier ja hier kann man nicht rennen das war knapp das war aufpassen ja die pistole lieber mal kann ich besser schießen so das ist ja ich will nicht wandern ich will spielen hallo ich mein halo kleiner schätze am rande ganz schlechter witz haus der kiste gezogen hier hat verstaubt o ba 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 butz witz 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 die wenigstens genauer wäre wenn ich längst der schgläufe das ist so ungenau das ziel obwohl es ist genauer als ein anderes stummgewehr oder so naja hauptsache ich treffe überhaupt mal man wieder so viel elite kannst mich mal am arsch lecken alle weg ja genau du lebst natürlich klar klar die flamme sind geil hier bin noch zwei funktionen da ich will über das ziel so die du die du bei der woodwork 500 meils in a woodwork 500 moister bieder 1000 meinte den signalsender eine rettungskapsel hinter dem hügel vielleicht gibt es überlebende vielleicht aber nur vielleicht hoffen wir mal das ist ja hallo ich alles fertig machen oder weh kein problem er war verwechseln ist immer so kompliziert hier Das sind ja überlebende. Kann man vielleicht das umstellen? Das ist vielleicht anders oder gibt es schon was davon? Egal. Äh, ne, ich suche was anderes. Ähm, hm, 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 genau, Spielsteuerung. Hm, äh, Tastatur, Maus, ne, will ich aber nicht. Genau. Kampf, äh, Waffe, Waffe wechseln hier, Tabulator oder mittlere, mittlere Taste? Was ist denn die mittlere Taste? Rad Plus. Ha, das ist viel besser, finde ich. Gut, probieren wir es mal aus. Okay, und okay, okay, gut. Geht das jetzt? Ha, so welche Granaten wechseln nach unten und nach oben. Ja, das funktioniert. Das ist doch viel besser. Das vereinfacht schon einiges. Boah, hier drüben, das bringt ja 60. Boah, Lichtdefekte. Kreise. Egal. Kümmern wir uns um das Richtige. Äh, kümmern wir uns um das Wichtige. Wer über Zeit hat, kann man ja immer mit Deutsch lernen, ey. Hä? Juri, ähm, ja. Schrecklicher Husten. Juri, ähm, aha, ja. Äh, ja, äh. Tut mir leid. Papa, war so ein Kaffetz und Husten, Husten. Hat jemand einen Husten-Pon-Pon? Egal. So, Bäm. Rote Elite, ich mag Rote Elite nicht. Wo sind denn deine Freunde? Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde? Oh, ich bin tot. Das geht ja gar nicht. Ich bin gestorben. Das war jetzt echt schlecht. Ganz ehrlich, das war schlecht. Das war eindeutig der größte Fail in meinem Leben. Aber sowas von der größte Fail. Zumindest leider, dass ich gestorben bin. Ach, verdammt. Ach, Mann, nee. Bats. 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 Oh, kacke. Stimmt. Und Wurz geheftet. Bats. Ah, diese schönen Soundeffekte, ne? Kann ich super nachmachen hier. Passt perfekt dazu, so. Bats und Bäm und, ne? Stimmt schon. Bats. Hurt. Voll ins Knie. Ja, wo denn? Ach, wenn ihr mit mir so redet über Funk, ne? Und mir nix anzeigt. Da muss ich suchen. Das dauert. Aha, da ist ein... Ah, da ist so ein Schiff. Da müsste dann eigentlich so ein A leben. Sehr schön. Und Munition aber auch. Die haben anscheinend alle überlebt, ne? Nicht so wie wir Opfer. Bats. 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 Puts. Und Wutz. Schau. Die springen immer so schön. Tschu. 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 High Five. Tschu. Ja, ich kann mir jetzt keine Hand selber High Five geben. ich drücke immer so mann verwechselt dass er mit granaten werfen ich bin so dumm wo sind die typen wo sind die wo sind die wo sind die da und da und die mache ich bands oder ich mache aber so gut oh man komm ich alter du auch hat er nicht kann ist da hinten dran egal hat geht auch was wisst ihr was mich nervt und so spielen in deutschland diese scheiß übersetzungen kotzt mich so an ja ist nämlich oder sowas heißt ja nicht sondern volltreffer oder kopfschuss oder sowas ähnliches so was hat sich einfach mal headshot einfach nur viel geiler klingt glaube ich auch ja das hat sich auf jeden fall also nee gott da wird mir die englische version und usk sie erst recht also usk kennt ihr das usk denkt ihr so ihr geiles spiel kaufen super nur beispielsweise jetzt mal ballestorm hier kauft sie dir in usk version oder total geschnitten da kommt sie irgendwann raum rein und dann auf einmal ist alles also die sagen irgendwie so oh mein gott was haben die nur mit den leuten gemacht eigentlich sollten da also habe ich mir angeschaut sollten eigentlich vor die aufgespießten leute und so sein und in der usk version gehst du rein dich so jetzt kommt was cool ist oder wo sind die leichen so ungefähr die usk schneidet so ziemlich viel also wer computerbild spiele mal gelesen hat der also die letzte ausgabe ich weiß nicht mehr was das war die erste ausgabe einfach da stand das drin ich hasse usk lieber pg also österreichische version jetzt an cut mann naja ich will jetzt nicht so lange rumschwafeln über irgendwas anderes das ist ja 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 und wir müssen sie ausradieren putz oh man verdrückt mich immer da ist noch was oder also das ist das schiff oder business macht da oben okay da hinten ist noch eins gelandet auch das fertig machen ich glaube dann ist vorbei aber nicht mehr